Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video schauen wir uns das Amazon Seller Central Konto an. Wir schauen uns die Menüpunkte an, wir schauen uns wichtige Dinge an, vielleicht eher unwichtige Dinge an. Wir schauen uns die Übersicht an, was das überhaupt beinhaltet. Und wir werden uns das Dashboard selbst gestalten, um besser verkaufen zu können auf Amazon. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Wie angesprochen, Freunde, lasst uns mal das Amazon Seller Central Dashboard anschauen. Und zwar möchte ich hier einmal die Übersicht mir anschauen, was genau hier das Dashboard beinhaltet und natürlich die Menüpunkte, wie wir diese als Favoriten speichern können, um schnell agieren zu können, um hier bei Amazon auch dementsprechend schnell und angenehm verkaufen zu können. Falls du diese und viele weitere Anleitungen nicht verpassen möchtest, sowie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für Amazon, aber auch für den Marktplatz Ebay und für weitere Marktplätze, dann abonniere jetzt gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls dir dieses Video hilfreich ist und gefällt, dann gib dem gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und lässt uns als Community wachsen und uns gegenseitig unterstützen. So, dann lass uns mal beginnen hier im Amazon Seller Central. Ich denke, dein Amazon Seller Central sieht genauso aus. Es gab früher mal noch eine andere Ansicht, eine ältere. Da haben wir hier das Ganze ein bisschen anders geordnet gehabt. Wir haben die Menüleiste hier, die Navigation oben schon gehabt. Und das hat Amazon hier ein bisschen verändert, wie ich finde, besser gemacht. Wir können uns hier nämlich nicht alles selber gestalten, wie wir es besser haben wollen, denn so viele Menüpunkte, wie hier Amazon bietet, benötigen wir eigentlich nicht immer. Und damit wir nicht immer alles suchen müssen, können wir uns das selbst anordnen. Dieses Anordnen machen wir gleich direkt im Anschluss, bevor wir hier die ganze Übersicht einmal besprechen. Also, wir haben hier schon, wie gesagt, gesehen die Navigation. Die können wir auf- und zuklappen. Dann haben wir hier oben das Logo von Amazon Central. Wenn du hier draufklickst, kommst du immer hier auf diese Übersicht. So, dann haben wir als nächsten Menüpunkt hier die verschiedenen Marktplätze, die wir ansteuern können. Wenn du dich bei Amazon Central Europe angemeldet hast, dann hast du schon gleichzeitig auch alle weiteren aus Europa oder auch außerhalb der Europa. Ich sehe hier zum Beispiel Kanada. Und ja, die kannst du natürlich auch ansteuern und auf diesen Marktplätzen separat verkaufen. Ja, und wie das Ganze geht, werden wir in einem weiteren Video besprechen, findest du auch vielleicht jetzt schon unten in der Videobeschreibung. So, als nächstes haben wir dann die Suchoption bzw. Suchleiste. Wir können hier nach Bestellnummern suchen. Wir können hier nach verschiedenen Hilfesachen suchen. Wenn uns irgendwas unklar ist, können wir direkt hier in der Suche eingeben. Und dann wird dann direkt gefunden. Ich kann hier zum Beispiel Richtlinien aufrufen. Wir haben hier die Möglichkeit, dann direkte Informationen bzw. auch Einstellungen zu treffen. Und das bietet uns hier die Suchleiste. Es ist sehr, sehr umfangreich und kann direkt alles finden. So, als nächstes haben wir hier die Nachrichtenbox, so gesagt. Wir können hier nämlich nachrichten und mit unseren Kunden kommunizieren. In der Regel wird hier die Nachricht und die Kommunikation zwischen Kunden und euch stattfinden. Es ist selten, dass euch Amazon über diese Nachrichtenbox kontaktieren wird. Eigentlich so gut wie nie. Wenn, dann müsst ihr vorsichtig sein. Dann handelt es sich hier gegebenenfalls um Spam oder irgendwelche Betrugsversuche. Deswegen passt auf und seid vorsichtig. Ihr habt hier über das Aufklappen noch verschiedene weitere Optionen, wie zum Beispiel ungelesene Nachrichten, empfangene Nachrichten usw. euch aufzurufen und separat zu filtern. Das nächste haben wir hier dann so ein Zahnrädchen. Dieses Zahnrädchen ist für die Einstellungen natürlich notwendig. Und wir haben hier dann die verschiedenen Konten. Mit diesen ganzen Einstellungen werden wir uns in einem separaten Video befassen. Vielleicht findest du das jetzt schon auch hier unten in der Videobeschreibung und kannst dir das anschauen. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, das Dashboard auf verschiedene Sprachen einzustellen. Und wir haben hier die Hilfe-Seite. Wenn ihr hier auf Hilfe klickt und euer Konto nicht wie meins jetzt deaktiviert ist, dann habt ihr hier die Möglichkeit, verschiedene Optionen auszuwählen, um hier verschiedene Hilfestellungen von Amazon zu bekommen. Ihr könnt hier beispielsweise dann direkt den Grund eintragen, wo genau euch geholfen werden kann. Und dann schlägt Amazon bereits schon vor, welche Lösungsvorschläge dafür gegeben sind. Ihr gebt dann zum Beispiel eine Bestellnummer ein und er findet euch direkt die Bestellung dazu und kann dann gegebenenfalls Hilfe zu dieser Bestellung angefordert werden. Unten habt ihr dann nochmal, jetzt hier sehen wir das nicht, aber wenn wir hier nochmal auf den Standard-Dashboard klicken, dann sehen wir hier auch nochmal Hilfe, dann haben wir hier Programmrichtlinien, wir haben hier auch nochmal die Sprachoption und wir haben hier den Katalog, verschiedene Sachen, wie wir diese auch hier unter den Menü- oder Navigationspunkten finden. So, ja, soweit ist das Amazon Central aufgebaut, das Dashboard dazu. Wir haben hier, wie gesagt, auch noch wichtige Nachrichten. Wir haben hier Benachrichtigungen, wie zum Beispiel ihr Konto wurde deaktiviert, dann solltet ihr natürlich sehr schnell reagieren. Ich habe das Konto erst neu eröffnet, deswegen muss ich hier einige Nachweise noch nachlegen, um hier das Konto zu aktivieren. Des Weiteren müsst ihr hier, falls noch nicht geschehen, eure Zahlungsweise für Auszahlungen festlegen. Das ist in der Regel ein Geschäftskonto, was ihr euch anlegt. Falls ihr dazu Videos und Anleitungen braucht, habe ich hier oben auch in der Infobox eine Information dazu, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung habt ihr einen direkten Vergleich zu verschiedenen Geschäftskonten. So, und ja, und natürlich hier Nachrichten, verschiedene Neuigkeiten, die Amazon hier veröffentlicht, sowie auch hier Verkäuferforen. Wir sehen hier verschiedene Sachen, wie vielleicht etwas funktioniert oder gemacht werden kann. So, wir wollen uns natürlich hier das Amazon-Dashboard einmal, ja, am besten praktisch aufbauen und schauen, welche Dinge wichtig sind und welche unwichtig sind. Und dazu öffnen wir hier die Navigation und schauen uns an, welche Punkte denn hier überhaupt beinhaltet sind. Und ich werde euch das so zeigen, wie ich das selber nutze. Ihr könnt das natürlich individuell für euch einstellen, wie ihr möchtet. Deshalb ist das euch komplett freigestellt. Ich bin selber Händler bei Amazon und verkaufe meine Produkte von mir selbst aus. Das bedeutet, ich versende diese auch selbst. Ich mache nicht das FBA-Programm, sondern das FBM-Programm. Und deshalb werde ich das auch in diesem Bereich so einordnen, beziehungsweise so festlegen, welche Menüpunkte für mich als Priorität sind und wo ich schnell Zugriff haben möchte. Und dann beginnen wir direkt mal hier mit dem Katalog, und zwar Produkte hinzufügen. Sehr wichtiger Menüpunkt, wie ich finde, denn ihr werdet den öfters brauchen, falls ihr neue Produkte hinzufügt und dann dementsprechend hier schnell Zugriff drauf habt. Entwürfe vervollständigen, dass nicht unbedingt Freischaltungsanträge anzeigen. Auch wichtiger Punkt, aber das passiert in der Regel sehr selten. Wenn ihr für eine Marke einen Freistellungsantrag bekommt, dann habt ihr das in der Regel auch immer parat, beziehungsweise könnt ihr auch neue Produkte dafür listen. Also kein Problem. Falls du herausfinden möchtest oder wissen möchtest, wie du Freistellungsanträge stellst für bestimmte Marken und Produkte, dann habe ich dazu auch schon mal ein Video. Kannst du hier oben in der Videobeschreibung anschauen, beziehungsweise oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir hier Angebotsqualität verbessern, Produkte, alles sehr unwichtig. Das sind Dinge, die ihr in der Regel nicht braucht, weil wenn ihr Handelsware verkauft, wird es in der Regel auch schon im Katalog von Amazon verfügbar sein. Dann haben wir des Weiteren hier Lagerbestand. Wichtiger Punkt, gesamter Lagerbestand verwalten. Ja, da seht ihr dann eure ganzen Produkte, die ihr bereits gelistet habt. Dann seht ihr da, welche aktiv sind, welche inaktiv sind. Oder zum Beispiel auch die Lagerbestände habt ihr direkt die Übersicht. Ihr habt direkt die Übersicht zu den Verkaufspreisen und vieles mehr. Das werden wir uns auch, wie gesagt, in einem weiteren Video anschauen. Und wir haben hier Fahrzeugteilsuche verwalten. Das ist zum Beispiel eher was für die, die Ersatzteile verkaufen möchten für Fahrzeuge. Auch hier könnt ihr das Ganze euch hier ablegen. Und dann haben wir Versand durch Amazon. Das ist die FBA-Geschichte. Also falls ihr da unterwegs seid, dann könnt ihr natürlich das für euch auch anordnen. Bestellungen. Bestellungen verwalten, auch sehr wichtiger Punkt. Hier könnt ihr direkt eure Bestellungen anschauen. Ihr könnt hier sehen und nach den Bestellnummern suchen und vieles weitere. Das werden wir uns in einem separaten Video anschauen, um das Video hier, wie gesagt, nicht lang werden zu lassen. Bestellberichte, falls ihr das möchtet, muss nicht unbedingt sein. Das braucht ihr eventuell einmal im Monat oder so. Dann Rücksendungen verwalten. Wichtiger Punkt, wie ich finde, ja, weil ihr werdet öfters Rücksendungen bekommen. Hier habt ihr dann direkt den Menüpunkt, um hier die Bestellungen oder Rücksendungen zu verwalten. So, Stores. Stores verwalten, das ist eher unwichtig. Wir haben hier Wachstumschancen, Programme entdecken. Wir haben Lagerbestand für Versand durch Amazon für alle Kanäle. Das kann auch gegebenenfalls wichtig sein, wenn du auf verschiedenen Marktplätzen von Amazon verkaufst. Das bedeutet vielleicht europaweit. Dann kannst du das hier natürlich auch dir ablegen. Berichte, Zahlungen. Auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, den habe ich bei mir drin, um hier einfach zu sehen, welche Zahlungen ich habe und so weiter. Wir haben hier Versand durch Amazon. Das ist, wie gesagt, die FBA-Geschichte wieder. Rücksendungsberichte, benutzerdefinierte Berichte, Steuerdokumente. Das brauchst du in der Regel auch nur einmal, um hier die ganzen Berichte herunterzuladen für deinen Steuerberater, um die Abrechnungen richtig korrekt zu übermitteln und so weiter. Gucken wir uns das nächste an. Das ist die Kundenzufriedenheit, Verkäuferleistungen. Das würde ich auch ablegen, um hier einfach direkt die Übersicht zu haben. Wie ist mein Konto? Habe ich vielleicht irgendwelche Mängel oder nicht? Wir gucken uns gleich mal schnell im Durchlauf hier Dinge auch nochmal für die einzelnen Punkte an. Wir haben hier Feedbacks. Das sind die Feedbacks für euer Verkäuferkonto. Und wir haben hier Stimme des Kunden. Das ist für das Produkt. Dann haben wir Benachrichtigungen. Wir haben Rückbuchungen. Wir haben A-Z-Garantieanträge. A-Z-Garantieanträge, auch wichtiger Punkt. Hier könnt ihr schnell agieren und könnt dementsprechend, falls was sein sollte, auch hier das Ganze besprechen. Falls du A-Z-Garantieanträge zu dem Thema noch weiteres haben möchtest, dann unten in der Videobeschreibung. Habe ich dazu auch einen Link verlinkt, beziehungsweise ein Video verlinkt. Partnernetzwerk. Wir haben hier Verkaufspartner App Store. Wir haben Dienstleistungen suchen, Anfragen verwalten. Ja, alles eher unwichtig. Ihre Marke aufbauen. Das ist, wie gesagt, auch eine Sache, wenn das jemand machen möchte. Und wir haben Lernen. Das sind die eigenen Videos von Amazon, die hier zur Verfügung gestellt werden, um hier zum Beispiel zu erfahren, wie genau was bei Amazon funktioniert. Gerne kannst du das natürlich hier auf meinem Kanal auch alles komplett sehen. Und falls Fragen sind, gerne die Kommentarfunktion unten nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein und helfe natürlich weiter. Und wir können uns gegenseitig hier auch natürlich unterstützen. So, wir haben jetzt einige Menüpunkte aus der Navigation hier hinzugefügt. Wir können hier jetzt auf Bearbeiten drücken und diese nochmal löschen oder gegebenenfalls hier auch die Anordnung einmal verändern. Wir können hier das Ganze nach vorne stellen und noch weitere hinzufügen. Dann speichern wir und dann ist das Ganze hier drin. So, wir gehen mal kurz hier auf die ganzen Sachen. Ich habe, wie gesagt, in diesem Konto noch nichts drin, weil es neu ist. Wir haben hier dann dementsprechend alle Produkte nach unten hin aufgelistet. Wir können zusätzliche Filter einstellen und vieles, vieles mehr. Ihr könnt selber einfach mal ein bisschen rumspielen und gucken, viel passieren kann hier nicht. Ihr macht nichts kaputt. Und dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze für euch individuell einzustellen. Produkte hinzufügen, auch sehr wichtiger Punkt. Das wird in dem Folgevideo erscheinen. Falls du das gerne auch sehen möchtest, dann gerne unten in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung anschauen. Da gehe ich darauf ein, wie wir das erste Produkt einstellen. Bestellungen verwalten. Auch das habe ich, wie gesagt, angesprochen. Wir haben hier die Möglichkeit, hier auch einfach mal die ganzen Sachen einzustellen, nach welchem Menüpunkt wir suchen wollen. Bestellnummer, SKU, das ist eure eigene Artikelnummer. Und dann habt ihr direkt die Möglichkeit, das Ganze zu filtern. Wir haben hier verschiedene weitere Orientierungen und Filterungen, die ihr dann nutzen könnt, um hier schnell eine Bestellung zu finden. Wir haben Rücksendungen verwalten, haben wir uns auch abgelegt. Da werdet ihr eure Rücksendeanträge bekommen, um hier das Ganze schnell übersichtlich zu sehen, wo ihr schnell reagieren müsst, wo gegebenenfalls dann eine Erstattung erfolgen soll. Dann könnt ihr direkt hier in der Übersicht die Bestellung finden und dann diese Erstattung einleiten. Wenn ihr auf Zahlungen klickt, hier habt ihr die Übersicht eurer Verkäufe, eurer Erträge. Wir haben hier Nettoerträge, wir haben hier die Ausgaben. Wir haben hier auch unten stehen, wann immer die reguläre Auszahlung erfolgt. In der Regel ist das in zwei Wochen Schritten. Und dementsprechend habt ihr aber auch die Möglichkeit, sofort das Ganze auszuzahlen. Ihr seht hier dann direkt immer die Summe, die ihr sofort auszahlen könnt, um hier schnell einkaufen zu können wieder und dementsprechend das nutzen zu können. Verkäuferleistungen, das habe ich ja wie gesagt angesprochen, um hier wie gesagt auch das Ganze zu sehen direkt, um hier schnell agieren zu können. Falls irgendwelche Probleme sind, wenn es auf Rot geschoben ist, dann ist schlecht. Ihr müsst hier immer auf gesund bleiben, um hier bei Amazon auch gewissermaßen Verkäufe zu tätigen. Ihr habt hier verschiedene Prozentsätze, die ihr nicht überschreiten dürft, um hier bei Amazon, wie gesagt, auch weiter verkaufen zu dürfen. Wir haben hier auch die Garantieanträge, die gestellt sind prozentual und negative Bewertungen, Rückbuchungen. Das alles solltet ihr im Auge behalten. Deswegen ist dieser Menüpunkt sehr wichtig. Schaut drauf immer, dass ihr da immer auf der grünen Seite seid. Und wir haben zum Schluss nochmal die A-Z-Garantieanträge. Auch sehr wichtiger Punkt, wie ich finde. Ihr werdet öfters Garantieanträge bekommen, wenn Kunden irgendwelche Unzufriedenheiten haben. Dann könnt ihr hier schnell agieren. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht und das könnt ihr euch anschauen, falls ein Garantieantrag von Amazon eingeht. Wie schnell ihr da oder was ihr tun sollt, um hier auf der sicheren Seite zu sein, dass Amazon sich nicht gegen euch entscheidet und dann dem Kunden eine Rückerstattung erfolgt, obwohl dieser Kunde dazu nicht berechtigt ist aus eurer Sicht. Wie gesagt, schaut euch das an, unten in der Infobox oder oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. So, das sind die Menüpunkte, wie ich finde, die wichtig sind. Falls du sagst, mir ist aber noch ein anderer Menüpunkt wichtig ist und du das anderen empfehlen möchtest und auch mir vielleicht, dann gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Auch für Fragen sehr gerne. Und ja, soweit dazu. Falls noch irgendwas unverständlich ist, wie gesagt, immer gerne fragen. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video geholfen hat, hier eine gewisse Übersicht verschafft hat. Und falls du noch weitere Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen hier sehen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ciao. Ciao. Ciao.